Musik Guten Morgen, Herr Gissel Guten Morgen, liebe 5. Oh, setzt euch bitte. Bevor wir mit dem Unterricht anfangen, ihr seht, ich habe jemanden mitgebracht. Das ist eine neue Mitschülerin von euch. Das ist die Amina. Sie kommt aus Saudi-Arabien. Amina, ich würde vorschlagen, da hinten ist noch freier Platz. Setze ich mal wieder dort hin. Die neue Mitschülerin ist einiger Weg. Und das ist eine neue Mitschülerin. Einmal. Hey, konzentriert euch bei der Mathearbeit gut. Wir haben alles im Unterricht durchgesprochen. Viel Erfolg. Hey, Amina! Vielen Dank, dass du mir das Blatt gegeben hast. Ich habe mir eins bekommen. Wollen wir was unternehmen? Ja, klar, warum nicht? Komm. Runde Karte gegen Todmeide! Runde Karte gegen Todmeide!